moin moin liebe leute herzlich willkommen zurück zu green hell ja also ein paar bambus brauche ich ja noch namenten ich muss sowieso noch eine paranus finden und ja krallen muss ich auch noch besorgen ich mal krallen reißzähne hatte ich schon mal ja aber krallen ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht erst mal kurz ist ein paar alle proteine und solange ich immer kurz ob vielleicht doch noch mal eine paranus getroppelt ist schade gell schade die bäume okay aber ich muss sowieso das ein oder andere finden vor allem bambus hier das palmen gelesen fasern bekommt man von palmen aber dicken dinger kann man doch gar nicht bestören das vielleicht ah warte das hier vielleicht auch nicht gute frage nächste frage aber der älteste hat bestimmt wenn man protein zum teil da sind essensteil ja 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 mit den appenstatuen das wird noch so ein ding werden für sich nach dem tag aber wisst ihr was ich habe sowieso noch ein paar punkte die ich holen muss beispiel da hinten hatte ich doch das eine teil mit diesem tapir schädel gehabt da hinten war das glaube ich ne das ist gerade gar nicht doch da hinten genau da lauf ich jetzt noch mal hin bambus darf ich nicht vergessen bambus mitzunehmen hab noch nie fasern hier bekommen noch nie also ich kann mich nicht daran erinnern dass ich hier jemals fasern hatte wäre mir neu naja naja wie dem auch sei wie gesagt wir haben hier noch eine legende zu beschaffen ein langer stock ja toll hier war alles voller bambus aber kein langer stöcker ne richtig hier ist alles voller bambus ach Mensch muss jetzt aber echt laufen ja ameisenhügel herzlichen glückwunsch dankeschön hast du reingelaufen ich will aber nicht so weit laufen langer stock und dann hier die kleinen stöcker auch schon kein platz mehr ok und ein tapir schädel jawoll so habe ich das doch auch mal geschafft ne 25 vertrauen gewonnen und jetzt würde ich sagen ich bin ja irgendwo da unten hier bin ich ne also eigentlich nur richtung süden runter wenn wir mal auf die andere map kommen richtung süden wir gehen richtung süden trinken und sammeln und essen hier ist nochmal ein stöckle wie noch ein paar stöckle weil ja vier stück jetzt habe ich auch wieder platz hier ne jetzt habe ich hier auch wieder platz da wollte ich eigentlich rum genau hier runter weil es gibt ja auch noch ein paar legenden steine zu finden steine zu finden und da gehe ich jetzt einfach auf die andere map rüber mal gucken was denn die letzte legende wäre ne so zack 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 na jetzt alter du ja du 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 angefangen mit hier jetzt also manchmal hüpfte wie ein baby ich habe keine knochen mehr okay keine knochen mehr klar die habe ich gerade verbraucht ja 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 gucken wir mal auf die map wir sind jetzt hier wird hier mal kurz und dann hier rum da kann ich mir vorstellen hier noch was da noch was und das sind kleinen inseln da muss die alle absuchen weil ich ja gar keinen bock drauf alle voll Okay. ja okay wo bist du da kommt er heute ist der stelle schildkrötenpanzer mitnehmen so jetzt lass mich mal neun pfeile kann ich neun pfeile machen passt wie arsch aufs auge die faust aufs auge genau Oh! Was? Wo? Boah, das ist ja ein bisschen fies, ne? Muss aber da rüber. Das ist ja schon ein bisschen fies. Ja, das war halt das Gebiet mit dem ganzen Krokus hier, ey. Das ist mir zu weit da hinten, das ist mir zu weit. Ähm, ja, dann geht die andere Richtung erstmal. Ich werde mal überlegen, ob ich hier irgendwo auch ein Lager aufbaue. Weißt du, wohin ich mich immer wieder zurückziehen kann, aber, hm, hm, wo wäre es am geschicktesten? Ich weiß, dass da nachher die Jabouwaka auf jeden Fall sind. Da unten hatte ich mal auch gefehlt. Ja, ja, naja, gucken wir mal. Oh, guck mal her. Ach, warte mal, von dem Krokus kriege ich doch, glaube ich, Knochen, ne? Boah, what? Warte mal, von dem Krokus verknochen, glaube ich. Na, ich brauche ja wieder vier Stück. Ja, genau. Ja, das... Genau, so, warte mal. Langer Stock gleich mitnehmen. Merk aber auch, dass meine Axt schon langsam rüber geht. Kleine Stöcker gleich mit einsammeln. Ja, da haben wir noch ein gutes Stück. Oh, und so anscheinend, also, hm, hm. Ja, 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 ja. Ah, ich hasse diese Biest da. Das ist so unmöglich, unmöglich. Also, in diesem Spiel kribbelt es ganz oft. Ganz, ganz oft kribbelt es hier. Äh, sei nur, haha, gleich hier nebenan. Nein, 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 ich habe keine Federn mehr. Nein. Hahaha, ich habe keine Federn mehr. So ein Ratzkuchen. Ach, Mist. Jetzt wäre ich da fast in so ein Lager reingelaufen. Da hat es aber Federn. Dieses Lager ist unbewohnt. Okay. Ein unbewohntes Lager. Sehr interessant. Sehr interessant. Ein unbewohntes Lager. Okay. Oh, da ist eine Feder. Oh, da sind noch mal Knochen. Okay. Na dann. Jetzt brauchen wir noch mal eine Feder. Ja, ist eine Paranuss. Genau, jetzt habe ich die zweite Paranussschale. Die muss ich aufheben. Die muss ich mitnehmen. Okay, aber ich werde sowieso noch mal da zurück müssen. Also, bis dahin habe ich dann Federn, ne? Na dann, auf zum Schwimmen wieder. Ah, nicht ganz. Hihi. Noch mal ein Legendenstein. Ah, geht doch. Ja, da rüber. Oh, meine, meine. Oh, meine. so warte mal wo stehe ich denn jetzt 26 30 26 30 hier glaube dass da auch noch was sein wird hier auf jeden fall ja bestimmt auch und dann hier war mal so ein so ein so ein camp wieder kommen da hat es federn einmal darüber schwimmen ein kroke in sichtweite ok darauf darüber das fleisch es ist halt so schwer dann lasst uns hier mal gucken wenn es meine hülle und legenden stein jawohl ok also hier wäre es ja trocken so wie viele legendentafeln filme dann da jetzt noch 123 der glücksfisch die banane es sich mal und nämlich mal zwei neue bananen mit da geht es ja auch noch ein bisschen weiter jetzt denn hier ja aber von hier aus käme ich darüber ganz gut wo bin ich denn jetzt 24 32 24 32 ab da ja gut da kann ich doch von hier aus südosten ja doch da da geht doch mal darüber hier gibt es auch eine fahrt gar nicht bekannt oder habe ich schon vergessen dass hier so ein fahrt ist das ja das ist das ist okay aber bitte auch ich jawohl warte mal darüber ist recht lang aber eigentlich geht es jetzt nicht ungefährlich weiß zwar nicht was ich hier soll aber irgendwie soll ich hier anscheinend auch gar nichts haben warte mal 21 32 21 32 ich glaube da vielleicht ne hier scheint jetzt auch nichts was das denn okay der stein legende klar okay aber der große wie Fisch groß aller machte Reichtum aus der goldenen Stadt er verschwand im großen Fluss und kommt nicht mehr wieder in der Dunkelheit zusammengefühlte Delikatessen beweisen den Weg der süßeste Stoff die längste Frucht wenn er voll ist wird er zum Dorf kommen ja so ein Rätsel ne boah aber da könnte wenn die wirklich vom Fisch reden vielleicht könnte das hier was dafür sein ne na dann ähm ja ich schwimme nochmal zurück schnell ja das wird eine kleine Maperkundung hier sein okay dann aber warte mal wenn ich jetzt von hier weiß ich gerade gar nicht von hier Richtung Westen da hinten da hinten da war das da hm ich glaube ich gehe mal den Weg ganz normal zurück da hinten da ist es da ist es da ist es ich habe es gesehen ich habe es gesehen und dann war es irgendwie verschwunden wieder puh okay das war's da reisen wir beim nächsten Mal wieder da reisen wir beim nächsten Mal hin hier machen wir Stopp und bis zum nächsten Mal Tschüss da kommt um Leute das war es das war es ich habe es und da da